Ist Pamphylia Berlin wirklich der beste Döner Deutschlands? Als erstes fällt natürlich wieder der Spieß auf, schönes, geschichtetes Fleisch. Und wieder einmal haben wir eine sehr überschaubare Theke. Ich habe meinen Döner natürlich wie immer komplett genommen. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf diesen ersten Bissen gefreut habe. Und ich muss sagen, dass wir es wieder einmal mit einem sehr leckeren Döner zu tun haben. Der Spieß schmeckt intensiv nach gutem Kalbfleisch. Und vor allem die etwas krosseren Stellen haben einen so unfassbar nice Grillgeschmack. Einfach nur lecker. Kommen wir aber zu meinem größten Kritikpunkt an diesem Döner, nämlich die Konsistenz. Nämlich ist sie nicht nur sehr inkonsequent, sodass man manche Stücke hat, die butterzart sind und andere wiederum, die etwas zäher sind. Sondern sind auch ordentliche Fettschichten mit eingearbeitet, die manchmal wirklich unangenehm zu beißen sind. Sodass ich auch ein, zweimal aus meinem Döner ein Fettstück rauspulen musste. Letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, dass der Döner noch gerade so auf den zweiten Platz kommt. Deutschlandweit betrachtet reicht es aber leider nur für den sechsten Platz.